hallo zusammen willkommen auf meinem kanal heute werden wir mit ihnen eine sehr süße figur zeichnen wenn sie bereit sind fangen wir an ich beginne zuerst mit den augen zu zeichnen nachdem wir zwei runde augen gezeichnet haben zeichnen wir einen lächelnden mund für das gesicht beginnen wir dann auf der seite des auges und zeichnen eine linie zur anderen seite dann zeichnen wir zwei riesige ohren beim zeichnen dieser ohren zeichnen wir eine linie von der oberseite des kopfes und verbinden sie mit dem anderen ohr um dann den hut zu zeichnen zeichnen wir eine weitere linie über die linie um den unteren teil des hutes zu erstellen und zeichnen nun das band des gutes vergessen wir nicht den spitzen teil des gutes zu zeichnen dann zeichnen wir zwei linien für seinen körper und fügen diese linien zu seinen kleinen runden füßen hinzu lassen sie uns den körper von der unterseite dieser füße aus vervollständigen lassen sie uns kleine arme zeichnen und den schwanz hinzufügen ein lächelnder kürbis steht dem körper großartig eine sehr schöne zeichnung für halloween ja unsere zeichnung ist fertig wie ist es ihrer meinung nach passiert wir werden jeden tag eine größere familie vergessen sie nicht das video zu abonnieren und zu liken um teil dieser wunderschönen familie zu werden wenn sie zeichnungen haben die ich zeichnen soll können sie diese in den kommentaren schreiben ich liebe euch alle wir sehen uns im nächsten video und